Wir sind hier im Entwicklungszentrum Weißach auf der Teststrecke. Heute ist der Rollout vom 9.17.001. Nach langer, langer Zeit wird das erste Mal gefahren. Es war der leistungsstärkste Sportwagen der Zeit. Die waren wirklich auf dem Niveau von Formel-1-Fahrzeugen. Die ersten Testwagen waren ja genau hier in Weißach auf der Teststrecke. Wie wir das Auto das erste Mal gesehen haben, das war natürlich überwältigend, weil da kommt ein Koloss, ein Sound, ein Auto, ein Motor, was es bis dahin von Porsche nicht gegeben hat. Mit der Mitgliedsmehrern sind wir in Goodwood fangen? Wir sind in der 9.17. Gasien Nummer 1. Das ist ein schönes Auto für 50-jährige Ausgleich. Mit der Mitgliedsmehrern sind wir in Goodwood freuen uns auf den 9.17. Das ist ein Schassi Nummer 1. 9.17 war mein persönlicher Traum als Radfahrer. Es war der beste Traum für mich, als Radfahrer zu fahren. Der Gefühl der Porsche 917 ist sehr, sehr speziell. Wir waren einfach glücklich, dass wir in dieser Ere waren. Wow! Es ist ein Art, nicht wahr? Wir raced mit Helmets auf, so das wird noch ein paar, drei Inches. Sorry, ich habe es noch einen höheren. Ja, aber du bist gut. Ich war für Le Mans in 1969. Es war nicht einfach. Der Speed hat nie so schnell gewesen, und es ging in die Unnone. Nein! Eçu! Jetzt wird er das Portfolio abgett! Vielen Dank.